Und wenn wir schon bei Fouls und so weiter sind, ich hab noch richtig Bock, hab ich auch noch nie gemacht. Ich hab mal Bock auf so eine Kreisliga-Reaction. Gibt's doch hier Kreisliga-Fouls und so weiter. Komm, da hab ich Bock drauf, komm. Kreisliga-Best-Off, vor vier Tagen. Fouls, Rudelbildungen und Fails. Jawohl. Das gucken wir uns an. Dann gehen wir rein, wir schauen. Fouls, Rudelbildungen und Fails, Kreisliga-Best-Off. Feuer. Was nu? Hä? Geht der gleich gut los? Warte, ich muss gleich nochmal zurückspulen. Was ist denn da schon wieder passiert? Jetzt, okay, er fällt hin. Und er klammert ihn ein. Ist er doof? Er klemmt ihn zwischen den Beinen ein. Was macht der denn? Ja, da braucht er sich nicht beschweren. Natürlich Freischuss für Blau. Weil der andere, der gelbe Klammert noch den Ball ein, oder nicht? Der nimmt ihn noch zwischen... Ballklemme macht der doch. Oder nicht? Ey, das ist ein Greifswald. Boah! Was ist denn da passiert? Hat der nicht voll durch die Bande... Ey, das ist ein Greifswald. Das ist nicht weit weg von mir. Das erkenne ich. Auf dem Platz habe ich auch schon gespielt. Auf dem Platz habe ich tatsächlich schon gespielt. Alter, da habe ich sogar ein Tor gemacht. Da habe ich sogar ein Tor gemacht, meine Lieben, auf dem Platz. Jetzt kommt ihr. Alter, was ist denn da passiert zum Donner? So, was hier ist los, weiß ich nicht. Was macht, was der Schiri da macht? Keine Ahnung. Ja, da. Okay, jetzt nochmal. Was macht er da? Oh, weia. Oh, ne, die Zuschauer natürlich immer. Zu geil. Das könnte ein Gürmien sein. Und die Kommentare von draußen noch immer zu geil. Bist du behinder oder was? Ich meine, ich muss, ich muss zugestehen, ich bin auch nicht die ruhigste Seele, wenn ich draußen bin oder auf dem Feld bin. Egal. Ich weiß, ich spiele nicht so oft. Aber ich muss zugeben, ich bin auch nicht die ruhigste Seele. Aber wenn du sowas dann hörst, da. Bist du behinder oder was? Weia, Körper 1 ist aber eigentlich nur bei der Bande. Ja, fand ich auch. Er ist abgeprallt an ihm. Er ist halt wirklich einfach nur abgeprallt und fliegt dann durch die Bande. Ich liebe Kreisliga, wünsche ich mir die Zeit zurück. Ah, hast du auch mal gespielt? Der Typ im Hintergrund geht ab wie Braun Strowman. Ja, wirklich. Aber das ist doch Gürmien, oder nicht? Das sieht so wirklich aus wie Gürmien, glaube ich. Aber ich gucke nochmal. Also, es kann jetzt wirklich sein, dass ich mir die Szene zweimal angucken muss, weil ich echt die Wahrnehmung nicht habe, das beim ersten Mal immer zu erkennen. Also, was bitte ist denn hier passiert? Ach so, das Foul. Ach so. Und jetzt habe ich es gesehen. Aber Respekt an den in schwarz gekleideten, dass der weiterspielt. Also, es gibt auch Leute, die lassen sich dann fünf Runden um den Platz rollen. Und dann springt er aber halt. Also, er hat ihn schon die Beine weggehauen und springt danach halt nochmal rein. Klar, da spielt er einen Ball, aber... Und dann ist er schubsen. Warum schubsst er ihn denn? Wie gesagt, ich bin auch nicht der Ruhigste auf dem Feld. So muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch nicht der Ruhigste. Aber der Rote foult doch zweimal offensichtlich. Warum schubsst er den schwarz gekleideten dann weg? Manche Leute... Der hat schon Geld. Der hat schon Geld. Der hat schon Geld. Der hat schon Geld. Na klar. Der klassische Kommil. Und Rot sogar. Gelb-Rot. Der hatte wirklich Geld. Okay, das ist nirgendwo, was ich kenne. Okay, nochmal. Ach, Mann. Ist schon dämlich, so reinzugehen. Ist schon dämlich, da so reinzugehen. Ist halt ne Grätsche von hinten. Ist er dämlich? Ist er dämlich? Was will er denn? Ganz ehrlich, was will er denn? Meint ihr echt, das war ne Schwach... Er grätsche ihn doch voll weg, oder nicht? Also manchmal zweifle ich dann ja auch an mir selbst. Manchmal, ich liebe es. Szene, Anlauf und dann ohne Rückschlag Verluste rein. Ne, jetzt muss er... Also, ich zweifle ja wirklich manchmal an mir selbst hin. Also, hab ich mich jetzt irgendwie verguckt. Aber er grätsche ihn doch klar von hinten weg. Was will er denn? Sorry, aber er grätscht ihn doch klar von hinten weg, oder nicht? Oder sehe ich das komplett falsch gerade? Ne, ne? Er tut hier auf Unschuldslamm. Und dann brauchen sie dich echt beschweren. Also, ganz ehrlich. Ich brauch doch nicht ankommen mit, bist du behindert, oder was? Er ist ein Schiedsrichter, macht auch noch... Er macht einen Fehler, kann man sich mal aufregen. Aber ich muss doch nicht direkt beleidigen. Ich könnte mich auch über manche Schiedsrichter aufregen und über deren Entscheidungen. Aber bitte, ich beleidige ihn dann noch nicht. Also, so dämlich kann man nicht sein. Und dann noch dieses Gespucke hinterher. Also, blöde... Sorry, ich bin... Aber gehört sich nicht. Komm, gleich fünf Spiele mindestens Sperre. Für so einen Müll. Wir können froh sein, dass wir... Leute, echt. Wir können wirklich froh sein. Da gibt es ja aktuell auch wieder eine Debatte, was auf Kreisligaplätzen los ist und so weiter. Und wir können wirklich froh sein, dass es immer noch Freiwegeleute gibt, die gerne den Schiedsrichter machen. Und die sind nicht perfekt, meine Lieben. Schon gar nicht, wenn die das am Wochenende in ihrer Freizeit machen. Klar, wenn er ihn jetzt nicht getroffen hat, okay, er hat es aus seiner Sicht gesehen, es ist ein Foul. Kann man sich darüber aufregen? Kann man kurz fragen, wie hast du das gesehen und so? Ich weiß, Emotionen gehören dazu. Sollen auch so bleiben. Man kann auch mal gern ein bisschen lauter werden und so. Aber A, den Schiedsrichter direkt behindert nennen und dennoch so symbolisch hinterherrotzen. Das ist das Dreckigste, was es gibt. Ey, sorry. Sorry. Gehört für mich nicht auf den Fußballplatz. Ja, als Schiedsrichter ist das in der Kreisliga schon belastend. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Bin ja Schiedsrichter. Alles klar. Ja, definitiv. Vor allem in der Kreisliga, wo du wirklich alleine bist, wo du keine Linienrichter hast, da passieren etliche Fehlentscheidungen. Und natürlich ist es in dem Moment, wo es passiert, wo du voll der Meinung bist, oh Mann, das war doch ganz andersrum. Aber bitte, ich beleidige den Schiedsrichter nicht und ich gehe ihn auf keinen Fall an. Und auch dieses Spucken ist einfach nur ekelhaft. Deswegen will ich Schiri werden. Kommt mir einer blöd direkt gelb, dann direkt rot, wenn der noch blöd kommt. Ah, da würde es dir manche Spiele geben, wo die nicht mit 11 gegen 11 zu Ende gehen. Aber in dem Fall, Chad lege ich da richtig, in dem Fall hat er ihn doch wirklich unbegrätscht oder war es wirklich eine Schwalbe? Also er regt sich doch vollkommen zu Unrecht auf. Er grätscht ihn von hinten im Strafraum ab. Sorry. Einfach dämlich. Oh, 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 er spielt hat aber echt den Ball, ne? Er spielt hat aber echt den Ball. Nochmal. Ja. Der hat den Schuh noch an, kein Foul. Richtig. Man kann sauer sein auf dem Schiri, man kann sich beschweren, aber alles sollte irgendwo noch im Rahmen bleiben. Und noch nie hat ein Schiedsrichter eine Entscheidung dann zurückgenommen. Es sei denn, es geht wirklich der Gegenspieler hin und sagt, ey, sorry, ich bin freiwillig gefallen. Ne? Also. Aber hier in der Szene, klar, er rutscht halt rein wie ein Wilder, Aber er spielt halt auch sauber den Ball, ne? Er spielt hier halt auch sauber den Ball. Ja, man kann, man kann schon sagen, es ist nötig, da so von der Seite rein zu grätschen, aber er spielt halt komplett sauber den Ball. Er geht, komm, muss man akzeptieren. Gestreckt voran, höchter. Oh, das ist aber sch... Ne, muss echt nicht sein. Man kann ja, man kann ja aus meiner Sicht faul pfeifen wegen gefährlichen Spiels. Man kann ja aus meiner Sicht faul pfeifen wegen gefährlichen Spiels, aber ich muss ihm jetzt nicht gelb dafür geben. Er spielt halt sauber den Ball ab. Ich spüre nochmal für Otti zurück. So, zack, und jetzt guck mal, er spielt halt sauber den Ball. Also sauberer kannst du ihm halt fast gar nicht spielen. Wenn jemand in der Kreise hier ist, dass viele Schiedsrichter Hohesalter haben, definitiv, ja. Und die Jungschen, und die Jungschen-Schiris werden auch noch vergrault. Gerade letztens gesehen, da ist ein Schiedsrichter zu einem Derby angesetzt worden. Der war gerade mal 18 Jahre alt auf Insel Rügen, war das. Und da hat er halt eine Situation falsch ausgelegt, hat dem einen Spieler eine gelb-rote Karte, glaube ich, gegeben oder so, und der rasselt aus und schlägt ihm die Pfeife aus dem Mund. Ey, wie kann man so dumm sein, ganz ehrlich? Wie kann man, nee. Und dann, dann beschwert sich der Verein noch und sagt, was setzt die auch einen 8-jährigen Schiedsrichter an. Also, oh, nee. So was rechtfertigt dann, dass man ihm die Pfeife aus dem Mund schlägt? Schiri, weiß, wo ein Auto steht. Morgen, Pommi. Morgen, 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 Keine geben auch keinen Foul, aber halt gefährlich. Ja, klar, man kann ein gefährliches Spiel eventuell pfeifen, aber warum kriegt er jetzt Gerrit rot? Warum kriegt er jetzt Gerrit rot, weil er sich zu sehr aufgeregt hat oder wie? Aber halt einfach nur unglücklich, der Torwart spielt halt sauber seinen Ball raus, ne? Einfach nur unglücklich. Ach, wieder das Spiel. Oha. Auch wieder so typisch, ne, warum schubst er ihn denn da weg, alter? Aber was war hier jetzt nochmal los? Wie gesagt, ich muss halt viele Szenen doppelt gucken, weil ich das im ersten Moment gar nicht so mitkriege. So, jetzt eine Ecke. Ja, ich springe ihn halt so ein bisschen in den Rücken, ne? Ich springe ihn halt einfach in den Rücken. So, Schiri geht weg. Ja, ist ja auch geil. Warum geht der Schiri da weg? Na gut, er muss sich das nicht antun da. Torwart schubst ihn dann noch, weil er da halt so reinspringt. Auch unnötig vom Torwart, ganz ehrlich. Hey, ein paar härtere Zweikämpfe, ein paar härtere Zweikämpfe, müssen ja auch mal sein. Der Schiri einfach weg, gar kein Bock, ja. Oh, herrlich gemacht. Brabenfeld 2 gegen Stapefeld, ist das Hamburg oder wo ist das? Wo rennt er denn hin? Oh! Knierutscher auf Kunstrasen, ist der denn dämlich? Knierutscher auf Kunstrasen. Oh, das tut so weh, beim Zugucken schon. Was ist das denn jetzt? Sorry, bei allen Schutzen, den ich gerade über Schiedsrichter gesprochen habe, ne, aber das ist auch so maximal übertrieben. Also, ich habe jedes Verständnis für jeden Schiedsrichter, aber dann gibt es halt auch diese Schiedsrichter, wo du denkst, so, Alter, spiele ich nicht so auf und das ist mal immer noch aufspielen. Digga, der macht in der 90. das Tor für seine Mannschaft, der macht in der 90. das Tor für seine Mannschaft, lässt sich ein bisschen länger feiern und dann meckert der Rom, weil er nicht sofort wieder in die eigene Hälfte zurückkehrt, das ist doch vollkommen übertrieben. Das sind, also, so sehr ich viele Schiedsrichter in Schutz nehmen muss, das ist so eine Art Schiedsrichter, wo ich sagen muss, Digga, hör auf dich so selbst darzustellen. Ich finde die Spieler, die sich auf dem Feld schubsen, sollen Rob bekommen. Ja, 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 bisschen übertrieben, aber ja doch, ja doch, klar, ich würde jetzt auch keinen schubsen, aber ich habe das schon viele bei uns erlebt. Ja, aber gehört sich halt einfach nicht, stimmt schon, wenn alles, wenn die Ansage kommt, bei Schubsen rot, gehört sich einfach nicht. Auch dieses immer diesen, ich stelle mich jetzt hier Kopf an Kopf mit dir, wirst du, finde ich auch zum Kotzen. Problem ist, dass das Regelwerk in der Kreisliga eindeutig ist, und höhere Ligen ein bisschen mehr Freiheit haben. Ja, das kommt noch dazu, dass viele Schiedsrichter in der Kreisliga die Regeln richtig streng durchziehen, Gerade was falsche Einwürfe angeht. In der Bundesliga siehst du jede Woche so viele falsche Einwürfe, da wird nichts zurückgepfiffen. Alter, wie lange diskutieren die da jetzt auch? Und da gibt es noch glattrot hinterher, oder was? Ah, sorry, das ist wirklich Schiedsrichter-Kategorie-Selbstdarsteller. Aber ja, warum diskutiert der Spieler jetzt auch so, ne? Warum diskutiert der jetzt auch so? Acht Minuten Nachspielzeit dann schon. Sind zwei Mann und rot runter sogar. Eine gelb-rot und eine andere rot. Ohohohohoho. Alter, wie kann man denn so dumm sein? Oh, wie kann man denn so dumm sein, ey? Klar, Frust und so, ne? Aber, oh, er sieht doch, dass er nicht eine Chance hat, den Ball zu kriegen. Und der klatscht den auf. Alter, so doof kann man doch nicht sein. Oh, bei manchen Leuten deckt man sich auch so. Was ist denn mit euch los? Oh. Genau, dafür gibt es die Nachspielzeit. Ja, warum meckert er rum, dass sie nicht sofort ins Schwell zurückkehren und gleich mit gelb-rot bestrafen? Also sowas Blödes. Und dann diskutiert der andere noch ewig weiter, dann gibt er noch gleich rot. Wie gesagt, Kategorie Selbstdarsteller. Aber das eben für die Mannschaft ist eine verdiente rote Karte. Auch wenn es Frust ist, aber trotzdem. Das muss doch echt nicht sein. Das sind die gleichen noch, Ian King. Na, wie der geht noch extra springt. Hat er ihn jetzt in Rot gegeben? Ne, jetzt zückt er sie. Ah, jetzt. Ja, na klar, ist so, Digga. Da brauchst du dich echt nicht beschweren. Das ist halt rot. Das ist halt wirklich rot. So, wo ist das jetzt? Na, ist auch egal. Ui. Ja, kommt halt zu spät. Ui. Ui. Alter, der schreit ja wie Sau, was da passiert. Hat der ein Ding an der Waffel? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das habe ich ja gar nicht gesehen im ersten Moment. Hat der ein Ding zu viel, Junge? Wie kann man dann an der Mittellinie da so reinspringen? Ja gut, entschuldigt sich. Oh, und nur gelb. Oh, und nur gelb. Ui. Das ist rot, Alter. Das ist sowas von rot. Der springt ja mit Ansatz rein. Aber wirklich. Oh. Aber er entschuldigt sich. Also, ja. Klar. Hut ab, dass du sagst. Hier, ich entschuldige mich. Das ist halt auch so selten dämlich, Alter. Das ist halt auch so selten dämlich. Schön von hinten reingeschlagen. Leo, Digga. Der war auch klar rot eben gerade. Und der hier auch jetzt. Alten Treptow hier in Susedom. Ach Gott. Schön, dass es so viele Aufnahmen aus meiner Umgebung gibt hier. Das sind aber eigentlich schon ältere Sachen auch. Schön gespielt. Ui. Was ist denn mit ihm? Oh, das ist ja wie Aue eben. Das ist ja wie Erzgebirge Aue gestern. Was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Ach, Neubrandenburg. Ach, vor meiner Haustür. Ey, jetzt gibt es ja alles hier von uns. Oh, herrlich. Herrlich gemacht. Oh, er macht den Ronaldo. Was ist das denn? Hä? Haben die einen Gegentor kassiert und machen erst mal alle Liegestütze? Wie geil ist das denn, Alter? Nimm ihn mit, nimm ihn mit, wieder. Und komm doch mal. Help ihm. Geile Ecke. Kann man mal so treten. War ja einfach nur Treter unterwegs. Ja, hab ich auch so manchmal das Gefühl. Herrlich gespielt. Ui. Huch. Oh, ne, zu geil, Leute. Alter. Ah, ne, Alter. Fouls, Rudel, Befehl, aus der Kreisliga-Best-Off. Da waren auch Spiele bei, die nicht Kreisliga waren. Weiß ich halt, weil es Mannschaften aus meiner Umgebung waren. Aber Amateurfußball-Best, daumen nach oben. Amateurfußball-Edits-Best, Daumen nach oben, frisches Video vom 17.11. Sehr geil. Der ging aber mal anders in die Kamera. Oh ne, zu geil, Leute. Gucken wir noch eins.